14, fortsetzen. Chceme dzisiaj intonować w ozumarszanie liste der Szymen 14. Korosie auch. Gleich kann einer lesen, von Vers 1 an bis Vers 12 einschließen. Ktoś przeczyta od pierwszego wersji 2 do dwunastego włocznie. Do dwunastego włocznie, tak? 14, rozdział do Rzymian, pierwszy wier do dwunastego. A słabego wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynem jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, obowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada? Do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękując, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przez to, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i Ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, Jakom żyw, mówi Pan, uwnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Zauważyliśmy, że ucząwszy od rozdział 12. list zajmuje się pytaniami odnoszącymi się do naszej praktyki. I tutaj w rozdział 14 rozpoczyna się nowy temat. I tutaj w rozdział 14 rozpoczyna się nowy temat. I najpierw musimy zalecć pytanie, kto to jest ten słaby, a kto mocny wierzy. Myślę, że jest to pytanie, na które ciężko odpowiedzieć. Bo zawsze istnieje bieda, w której człowiek może nie być silny. Ale jeśli Słowo Boże rozróżnia, robi tutaj różnicę, to jednak możemy się zastanowić, co ma na myśli. Ale chcemy czynić to z wielką ostrożnością, żebyśmy sami się nie wychwalali. Najpierw musimy powiedzieć, że wszyscy żyjemy z łaski. Jesteśmy noszeni Bożą miłość, Bożą łaską przez całe nasze życie. I jeśli patrzymy z tego punktu widzenia, to my wszyscy jesteśmy słaby. Gdyby Pan Jezus nic nie nosił, byśmy nigdy nie doszli do końca. A więc tutaj o czymś innym jest mowa. I kiedy w wersycie pierwszej czytaliśmy o przemyśleniach, to być może rozumiemy, że chodzi tutaj o duchowe poznanie. Um ein geistliches Verständnis des Wortes Gottes o duchowe poznanie Słowa Bożego i zdolność, aby duchowo osądzić sprawę. I w tym właśnie Słowo Boże robi różnicę. I chcę to jeszcze raz podkreślić. Chcemy być ostrożni, żebyśmy nie myśleli za wiele o sobie samych. Jest pewna strona wiary, o której tutaj nie jest mowa. I chodzi o to, że jak mocno ufam Słowom i powiedziam Słowa Bożego. Czytamy na przykład o Abrahamie. Myślę, że jest to w Hebrajczyku 11. czasem tutaj nie jest w Trochu Anythinger, i na wierszy się nie było. Nie jest wierszy, czył się nie zależe. Wiem o tym, że Abraham był już słabym na Ciebie i nie mogł już otrzymywać dzieci. I Sarah tak samo. I tam jest napisane, Und man hat den Eindruck, dass Kinder manchmal Vorbild sein können. Dass sie viel leichter etwas glauben und annehmen. Ich denke, dass wir hier etwas finden, was nicht zu komplizieren. Wir finden hier einen Glauben, der damit zu tun hat, wie wir Gottes Wort verstehen. Aber das ist nicht nur eine Frage unseres Intellekts, unseres Verstandes. Aber es geht nicht nur um unsere Intelligenz, sondern ein Geistliches Verständnis bildet sich aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Je besser wir Gottes Wort kennen, je besser wir das Herz unseres Herrn kennen, Je besser wir unseren Gott und Vater kennen, Je besser wir unseren Gott und Vater kennen, umso mehr sind unsere Gedanken in Übereinstimmung damit. Und ich glaube, dass das der Unterschied hier in diesem Kapitel ist, wie weit wir ein Verständnis über Gottes Gedanken haben. Und dann verstehen wir auch, dass es Geschwister gibt, die wir nicht mit schwierigen Überlegungen belasten dürfen. Das kann man vielleicht an einem Beispiel leicht erklären. Wenn sich jemand gerade bekehrt hat, wenn er in diesem Sinne auch ein Kind im Glauben ist, dann werden wir ihn nicht belasten können mit schwierigen Fragen des Zusammenkommens. Er ist einfach noch nicht in der Lage dazu ein Urteil abzugeben. Er ist einfach noch nicht in der Lage dazu ein Urteil abzugeben. Er ist einfach noch nicht in der Lage dazu ein Urteil abzugeben. Aber der Schwerpunkt hier in diesem Kapitel, wenn wir die Verse ab Vers 2 lezen, ist noch ein anderer. Aber die Gnade myśli hier von Vers 2 ist noch ein anderer. Er ist im Wesentlichen eine Ermahnung an die Starken. Dass sie Geduld haben müssen mit den Schwachen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Verse lesen zu dem Starksein. In 1. Johannes 2. 1. Jana 2. Vers 14 in der Mitte. Vers 14 in der Mitte. 1. Das Wort Gottes ist in Ihnen. Dann lesen wir aus Kolossan. Kapitel 4, Vers 12. Kapitel 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und überhaupt völlig überzeugt in allen Sinnen Gottes steht. Pozdrawia was Epaphras, który pochodzi spośród was, Słoga Chrystusa Jesusa, który nieustannie toczy za was w bój, w modlitwach, abyście byli doskonali, trwali we wszystkim, co jest wolą wolą. Epaphras betete also für die Kolosser, damit sie den Willen Gottes verstehen, und damit sie auch völlig überzeugt sind von dem Willen Gottes für ihr eigenes Leben. Das ist so eine Überlegung, die uns vielleicht eine Antwort gibt auf die Frage, wer ist stark. Wir kennen das Wort Gottes und wir tragen es in unseren Herzen und das bringt eine Überzeugung des Willens Gottes in uns hervor. Und jetzt macht Vers 2 einen Unterschied hier zwischen schwach und stark mit einem bestimmten Thema. Der eine glaubt, der dürfe alles essen, und der schwache ist Gemüse. Das ist natürlich vor dem Hintergrund der damaligen Zeit zu verstehen. Das ist natürlich vor dem Hintergrund der damaligen Zeit zu verstehen. Bestimmte Tiere durften nicht gegessen werden. Konkretne Zwierzęta nie mogły być spożywane. Und es gab manche Gläubigen aus den Juden, das haben wir gestern gesehen. Die noch sehr mit diesem Gedanken gut beschäftigt waren. Und die diese alten Vorschriften mit in das Christentum hineingebracht haben. Die also einfach sich selber Regeln aufgestellt haben über das, was sie essen durften und was sie nicht essen durften. Das heißt sie hatten also, sie waren in diesem Sinne also schwach im Glauben. A więc w tym sensie byli oni słabi w wierze. Sie haben nicht verstanden, was Paulus zum Beispiel geschrieben hat. Dass Gott uns alles reichlich gegeben hat zum Genuss. Dass Gott uns alles reichlich gegeben hat zum Genuss. Dass wir kein Blut essen. Und jetzt waren solche hier zusammen starke und schwache in der Versammlung. Es geht also nicht um die Treue, sondern es geht um ein geistliches Verständnis. Und jetzt kann es dazu kommen, dass der eine den anderen gegen seine Sprache verachtet. Dass er irgendwie sagt, ja, was du da machst, das ist ja unsinn, das ist ja dörich, was du tust. Aber Gottes Wort sagt, wer ist, also wer stark ist und alles zu sich nimmt, soll den anderen nicht beachten. Dann gibt es einen Nachsatz, den Gott hat ihn aufgenommen. Und das müssen wir immer vor Augen haben, wenn wir ein Urteil über andere nehmen wollen. Ich habe einen Bruder oder eine Schwester vor mir, die Gott aufgenommen hat. Und alleine deshalb will ich ihn nicht verachten. Sondern, und das werden die nächsten Verse noch zeigen, sondern ich werde ihn in Liebe ertragen. Aber es gibt auch die andere Seite, dass der Schwache jemandem richtet in seinem Herzen. Das heißt, er gibt einen Unterlaub, indem er sagt, und er tut etwas, was er nicht darf. Er isst hier einfach alles, was auf dem Tisch ist, obwohl das nicht erlaubt ist. Auch das ist keine richtige Haltung. Auch da müssen wir dann denken, Gott hat ihn aufgenommen. Das ist also zunächst einmal die Allgemeine Bewährung. Wer schwach ist, verachtet den anderen nicht. Wer schwach ist, verachtet den anderen nicht. Und wer schwach ist, verachtet den anderen nicht. Und von Vers 4 wird dann das noch einmal erklärt, wie das dann in der Praxis aussieht. Und von Vers 4 wird dann, wie es sich aussieht. Aber ich möchte besser sagen, wie Gott das beurteilt. Und besser sagen, wie Gott das beurteilt. Wie Bóg das beurteilt. Da wird zuerst der Schwach angesprochen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest. Und das ist so eine Frage, die eigentlich die Antwort schon enthält. Wir nennen das schon mal eine rhetorische Frage. Wir nennen das schon mal eine rhetorische Frage. Wir nennen das schon mal eine rhetorische Frage. Weil man durch Frage manchmal etwas klarer ausdrücken kann. Und wenn wir es richtig betonen hier. Und wenn wir es richtig betonen, dann müssen wir dieses du betonen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest. Dann müssen wir uns jetzt auf das Wort du. Kim, dass du bist. Das ist ein Herr. Jetzt haben wir das Bild vor uns. Da ist ein Herr. Der eigene Knechte hat. Und ich maße mir ein Urteil über das Verhalten dieser Knechte zu. Und das Wort Gottes sagt hier, das Urteil steht dir nicht zu. Der Herr muss richten. Das steht im zweiten Satz. Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Ich will das noch einmal klarstellen. Ich will das noch einmal klarstellen. Es geht hier nicht um die Beurteilung von Sünden, die Gottes Wort verurteilt. Es geht hier um die Beurteilung von Sünden. Es geht hier um die Beurteilung. Es geht hier um ein Urteil. Es geht hier um ein Urteil, um das furchtsame Verhalten meines Mitbruders. der einfach in seiner Erkenntnis noch nicht weitergekommen ist. Und er ist für sein Verhalten seinem Herrn verantwortlich. Und mir steht in dieser Frage kein Mutter zu. Er ist einfach in der Hand seines Herrn, so geht er für vier Jahre weiter. Der Herr vermag ihn aufrechtzuerhalten. Und ich habe die Verantwortung, das zu ertragen. Hier kommt noch mal ein anderes Bild in Vers 5. Auch das ist aus dem Judentum. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Heidentum, das mag auch mit hinein beschwingen. Dass man besondere Tage hat. Hier in diesem Beispiel jedenfalls. Und auch da eine Unterscheidung macht und meint, das sei ein wichtiger Tag, da müsste man vielleicht etwas Besonderes tun. Und ein anderer hat jeden Tag gleich. Und dann kommt eine interessante Feststellung in Vers 5. Das bedeutet, dass man in aufrichtigkeit seinen Glauben lebt. Das bedeutet, dass man zunächst mal nicht auf den anderen sieht. Sondern für sich, wie man Gottes Wort versteht, dann auch lebt. Da geht es nicht um eigen Willen. So in dem Sinne, ich tue, was ich will. Sondern das ist eine Haltung der Unterwürfigkeit. Dass ich aus gutem Gewissen etwas so tue, wie ich es verstehe. Und das ist übrigens ein Weg, auf den der Herr uns weiterführen kann in der Kenntnis seiner Gedanken. Ich muss für mich im Glauben überzeugt sein, dass das, was ich tue, richtig ist. Nicht, weil der Bruder X das auch so tue, tue ich das. Nicht, weil der Bruder X das auch so tue, tue ich das. Sondern weil ich überzeugt bin, das ist für mich richtig. Es geht hier nicht um die Frage, ob das absolut richtig ist. Sondern ob ich das in meinem Herzen so sehe und so Gottes Wort verstehe. Und dann lernen wir aus Vers 6, dass wir in der Verantwortung vor dem Herrn stehen. Wer also meint, der müsste einen besonderen Tag achten, soll das in der Verantwortung vor dem Herrn so tun. Und wenn jemand denkt, dass er einen Tag nach einem anderen Tag verurscht wird, dann kann ich das nicht um die Verantwortung vor dem Herrn so tun. Wir denken nochmal an Vers 4, der Herr wird ihn aufrecht erhalten. Und wir können auch davon ausgehen, dass der Herr das Verständnis gibt. Wenn wir aufrechtlich nach seinem Willen fragen. Dann wird er sich auch ein Wachstum in der Erkenntnis geben. Aber egal, wo wir stehen in unserer geistlichen Entwicklung. Wir sollen ein gutes Gewissen vor dem Herrn haben in dem, was wir tun oder lassen. Wir wollen Christus in der Erkenntnis geben, was wir unterhalten. Für 6 fährt jeder weiter. Das sind ja immer Beispiele. Wer ist, ist dem Herrn und dankt nach Gott. Das heißt, er nimmt alle Garen dankbar aus der Hand des Herrn an. Das heißt, er nimmt alle Garen dankbar aus der Hand des Herrn an. Freut sich über die Güte Gottes, der alles Reichlich gibt. Das soll ein Beispiel dafür sein, dass man sich ganz dem Herrn verantwortlich fühlt. Aber bei dem anderen ist das genauso. Wer nicht ist, ist dem Herrn nicht und dankt nach Gott. Das heißt, er lässt einige Speisen beiseite, möchte sie nicht essen. Und doch dankt, sagt er auch Gott, für das, was er bekommt. Beide sind also sich selbst vor dem Herrn verantwortlich. Und jeder ist in seinem Sinne völlig überzeugt, das richtig zu tun. Und jeder muss sein, dass das richtig zu tun ist. Und jeder muss sein, dass das richtig zu tun ist. Das wird dann in Vers 7 noch einmal ganz deutlich gesagt. Keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Wir sind wie wir sind in der Hand des Herrn. Das heißt, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Das heißt wir sind in seiner Hand und unser Leben ist ein Dienst für ihn. Und wir sind in seiner Hand auch und bleiben darin. Und wenn der Herr uns zu sich holt, wenn wir sterben hier auf der Erde, dann gehören wir immer noch dem Herrn. Er lässt uns nicht aus seiner Hand. Gestern haben wir gelesen, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Aber Paulus muss hier sagen, jeder ob stark oder schwach ist letztendlich in der Hand des Herrn. Dann kommt eine interessante Einstellung in Vers 9. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, um zu herrschen sowohl über Tote als auch über die Lebende. Man hat ja den Eindruck, dass der Heilige Geist hier so eine kleine Erweiterung der Gedanken anzeigt. Es geht jetzt nicht nur um die Gläubigen, dass sie in der Hand des Herrn sind. Es geht jetzt nicht nur um die Gläubigen, dass sie in der Hand des Herrn sind. Aber das macht gleichzeitig deutlich, was wir am Anfang gesehen haben, dass der Herr Jesus alleine das Recht hat, ein Urteil zu geben und nicht wir. Dass der Herr Jesus alleine das Recht hat, ein Urteil zu geben und nicht wir. Dass der Herr der Herren. Er ist der Herr der Herren. Von Gott so ein Gesetz. Und wir haben kein Recht selbst ein Urteil über unsere Geschwister zu fällen. Und wir haben kein Recht selbst ein Urteil über unsere Geschwister zu fällen. Das steht ja dann im Vers 10. Du aber was richtest du deinem Bruder. Das ist also jetzt wieder an den Schwachen gerichtet. Du richtest deinem Bruder, weil er etwas tut, von dem du glaubst, dass es verboten ist. Du auswählst deinem Bruder, weil er etwas tut, von dem du glaubst, dass es verboten ist. Du auswählst deinem Bruder, weil er etwas zu tun ist, was er nicht verpflichtet ist. Ich will es noch einmal sagen, es geht nicht nur um Sünden und das, was Gottes Wort verbietet. Es geht nicht nur um Gräubigen und das, was Gottes Wort verbietet. In der Sekunde 5 wird ganz deutlich gesagt, dass wir den Bösen aus unserer Mitte hinaus tun sollen. Aber das ist nicht das Thema hier in Römer 14. Ich will das noch einmal wiederholen. Ich will das noch einmal wiederholen. Es ist einfach ein ängstliches Festhalten an Regeln, von denen man glaubt, dass sie Gott wohlgefällig sind. Und das ist auf der anderen Seite der rechte Gebrauch der christlichen Freiheit. In Galater 5 lesen wir, dass wir zur Freiheit berufen sind. Aber dann werden wir auch belehrt, dass wir die Freiheit nicht benutzen sollen. Ich will das tun. Ich will das'. Das ist ein Fest! Das ist ein Fest! Der erste Fest! Ich finde das jetzt so schnell nicht. Das heißt dort, ihr seid zur Freiheit berufen. Ja, aber dann ist der Nachsatz, dass wir die Freiheit nicht für das Fleisch gebrauchen sollen. Ja doch, Galatia 5, Vers 13 natürlich. Ihr seid zur Freiheit berufen, aber gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch. 5, Vers 13. Galatia 5, Vers 13. 5, Vers 14. dass es uns eine Freude ist, das zu tun, was der Herr will. Und alles, was er erlaubt, ist auch uns erlaubt. Und in dieser Freiheit dürfen wir leben, wobei wir auch da sicherlich geistliches Verständnis brauchen, aber natürlich brauchen wir auch dieses Verständnis. Paul schreibt einmal an die Korinther, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Wir verstehen, dass die christliche Freiheit sehr weit ist, aber dass jeder Grenzen da hat, wo der Wille Gottes ist. Und das ist hier dieser Konflikt, der in Römer 14 angedeutet wird. Der eine lebt in der christlichen Freiheit, und ich bin jetzt nochmal für Szenen, und der Schwache urteilt und verachtet. Wo berichtet ihn deshalb? Und der starker, der in dieser Freiheit lebt, verachtet seinen Bruder, weil er sich Einschränkungen auferlegt. Aber für Szenen sagt uns, dazu habt ihr kein Recht. Es gibt einen, der alles beurteilt, denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Das bedeutet nichts anderes in diesem Zusammenhang, dass wir Gott das Urteil überlassen. Er muss allein wissen, was seine Knechte dürfen und was sie nicht dürfen. Und ich muss noch einmal auf diese eine Sache zurückkommen. Dass wir in unserem eigenen Herzen sicher sein müssen, was wir tun. Dass wir das in völligem Frieden vor Gott so tun können. Mein Herz ist also ruhig dabei, wenn ich etwas esse. Weil ich weiß, dass Gott alles gegeben hat. Aber mein Herz ist auch ruhig, wenn ich irgendwo eine Einschränkung mache. Weil ich glaube, dass es dem Herrn so gefällt. In diesem Sinne muss also jeder für sich überzeugt sein für das, was er tut. Jetzt gehen wir noch mal zu Vers 10. Gott gibt also das Urteil ab. Und dann geht Vers 11 ein wenig darüber hinaus wieder. Also etwas über das enge Thema jetzt hinaus. Und sagt, so wahr ich lebe. Es steht geschrieben, so wahr ich lebe, sprich der Herr vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge Gott bekennen. Und das macht zunächst einmal deutlich, dass wir einmal Rechenschaft abgeben müssen für das, was wir in unserem Leben getan haben. Vielleicht kann man es auch noch ein wenig anders ausdrücken. Dass wir vor dem Richterstuhl Christi einmal alles so sehen, wie Gott es sieht. Und wir dann auch dahin kommen, es genauso zu beurteilen. Dann ist sowohl der Schwache als auch der Starke völlig in Übereinstimmung mit dem Herrn. Aber dieser Vers geht natürlich noch darüber hinaus. Dann müssen wir auch daran denken, dass jeder, ob gläubig oder ungläubig einmal vor dem Herrn stehen wird. Die einen beugen ihre Knie freiwillig. Und es gibt andere, die das gezwungen tun. Oder vielleicht, man liest das einmal in den Psalmen, mit Schmeichelei sich unterwerfen. Mit Schmeichelei heißt freundlich tun, aber im Herzen etwas anderes haben. Also äußerlich huldigen sie dem Herrn, weil er einfach der Herr ist und sie keine andere Wahl haben. Aber in ihrem Herzen haben sie ihn nicht als ihren Herrn. Es gibt einen Psalm, ich weiß das jetzt nicht genau, versteht ihr was? Der ungerechte Knirsch mit den Zähnen, wenn er den Herrn verherrlicht. Der Knirsch mit den Zähnen, das ist so, dass er wut hat und muss es doch tun. Aber ich möchte uns allen die Furcht davon nehmen, dass wir einmal vor dem Herrn offenbar werden. Wenn wir den Herrn Jesus sehen, dann wissen wir, dass es unser Heiland ist, der für uns geschaut ist. Dann beugen wir gerne unsere Knie. Und wir können gerne, dass Gott über allem steht. Und wir freuen uns auch darüber, dass dann unsere Herzen so denken, wie der Herr denkt. Das sind also diese beiden Seiten. Wir freuen uns vor diesem Richterstuhl zu sein. Und für den Ungläubigen ist es der Tag des Gerichtes. Aber Vers 12 nimmt dann unseren Gedanken wieder auf. Vers 12. Das heißt auf der einen Seite. Und wir werden für unser Leben vor Gott Rechenschaft geben. Aber jeder für sich selbst. Das heißt wir brauchen nicht den anderen zu beurteilen. Wir brauchen nicht über den anderen zu richten. Wir dürfen ihn nicht verachten. Denn er wird vor Gott stehen und dort wird alles in Ordnung gebracht werden. Das ist jetzt in diesem ersten Teil des Kapitels die Belehrung, die wir haben. Und wir werden gleich ab Vers 13 nach der Pause noch einmal sehen, wie wir das in die Tat dann umsetzen. Wir wollen jetzt einfach für uns mitnehmen. Es gibt Unterschiede im Verständnis über Gottes Wort. Und wir wollen das auch so lassen. Wir wollen dem Herrn überlassen, wie er geistliches Wachstum gibt. Und wir wollen uns dafür rüten, dann ein Urteil über andere abzugeben. Wir wollen einander ertragen. Und einander ertragen ist es so nehmen, wie es ist und tragen ist mehr helfen auf dem Weg des Glaubens. Und welche innere Haltung in unserem Herzen dazu notwendig ist, das lesen wir dann in den nächsten Versen. Und wie es ist unser Herz? Wir werden wir in den nächsten Versen in den nächsten Versen.